Die überwiegende Mehrheit der Deutschen lehnt Straßenblockaden der Klimakleber ab. Laut einer neuesten Umfrage haben 85% der Deutschen kein Verständnis für diese Protestform. Außerdem fordern jetzt auch schon deutsche Regierungspolitiker härtere Strafen für die Fotosyntheseleugner. Die bisher verhängten Strafen gegen die Klimakleber werden auch von der Mehrheit der Deutschen, nämlich 56%, nicht als hart genug wahrgenommen. 25% betrachten die Strafen als angemessen, 11% als zu hart. Der deutsche Justizminister Marco Buschmann von der FDP schließt Haftstrafen nun auch nicht mehr aus. So sagte er, wenn dann fortgesetzt immer wieder Straftaten begangen werden, dann müssen irgendwann auch Freiheitsstrafen verhängt werden, um eben eine echte Sanktionierungswirkung bei den Betroffenen zu haben. Ich glaube, es macht schon Eindruck auf Menschen, wenn sie mal mehrere Monate in eine Justizvollzugsanstalt eingesessen haben.